hi liebe leute ich bin es wieder ja und ich bin froh euch heute mitteilen zu können dass der heiko das ist ein guter kollege und freund von mir aus regensburg ein gravel bike video eine ganze videoserie gemacht hat und das heute die erste episode gibt mal euer feedback ich bin gespannt jetzt die erste folge bis dann viel spaß also wir starten jetzt mal zu unserer ersten tour rund um regensburg und zwar ist der ausgangspunkt heute in haselbach dann fahren wir richtung wensenbach am bockerradweg erzähle ich dann später noch ein bisschen was dazu und dann geht es weiter bis nach bernhardswald dort bin wir dann scharf rechts richtung kräuter forst das ist dann ein längerer anstieg sagen die 490 höhenmeter kann man aber schön sauber fahren und ist von der wegbeschaffung her richtig schöne gravel untergrund sauber fahren und genau das geht dann weiter richtung keilberg dann wieder keilberg runter auf der straße richtung regensburg und von dort geht es dann wieder auf dem radweg richtung haselbach wo wir gestartet sind das ausgangspunkt sieht man hier jetzt zur rechten das hotel haselbach dort darf man parken das ist mit dem hotel abgesprochen und dann kann man jetzt zum beispiel von hier aus diese runde starten das ist jetzt also hier dieser bockerlradweg der ist im übrigen gegründet wie der name schon sagt auf einer alten bahnlinie auf einer bockerl bahnlinie die bis 84 in betrieb war und später hat man dann hier diesen radweg gebaut gebaut der bis nach falkenstein führt man sieht also hier diese wunderschöne landschaft die ist komplett flach bis nach wensenbach im übrigen setze ich heute das erste mal auf dem giant revolt das ich freundlicherweise testen darf und das ist also mit grx ausstattung shimano scheidenbremsen aluraumen und solide kiste aber das noch am rande informativ zur information wir sind jetzt in wensenbach da geht es jetzt hat ungefähr eineinhalb kilometer auf asphalt und dann geht es schon direkt wieder weiter richtung bernhards wald dort ist auch asphaltiert aber es ist ziemlich grober wo man durchaus auch gravel bike brauchen kann jetzt das ende von wensenbach und hier kommen wir jetzt wieder auf den ursprünglichen radweg richtung faltenstein drauf wie gesagt also es ist wirklich ein wunderschöner weg landschaftlich toller wald tolle waldstrecke vorne geht es dann am schloss vorbei wirklich empfehlenswert einmal mit so als familientour mit einem normalen rad mit einem city-rad locker zu befahren schloss schönberg sehr schön jetzt sind wir gleich in bernhards wald kurz davor auch nette sehenswürdigkeit hier links die kläranlage also muss man gesehen haben und da vorne kann man schon erkennen arz eingang bernhards wald da müssen wir jetzt durch durch den ganzen ort es geht jetzt von beginn an gleich bergauf und das zieht sich dann durch über sechs sieben kilometer bis zum kräuter forst hoch richtig schöne aussicht ihr seht schon das drumherum ist doch recht wellig bernhards wald haben hinter uns jetzt geht es wieder zum kräuter forst jetzt sind wir oben angekommen jetzt muss man ein bisschen aufpassen hier geht es jetzt ein bisschen bergab und dann geht es unten scharf rechts wo man man verpasst die ausfahrt immer leicht oder die abzweigung da ist hier ein kleiner teich und hier müssen wir uns orientieren und dann hart rechts abbiegen und das ist jetzt der weg da kann man sich nicht mehr verfahren einfach jetzt immer geradeaus bis kein berg sind ungefähr noch mal fünf sechs kilometer reine greifestrecke bisschen waldig aber ansonsten sehr schön zu fahren greveln ist einfach purismus in reinster form und das ist die faszination vom material angefangen und man hat wie gesagt da muss jeder für sich selber entscheiden was er braucht zum thema material ich werde euch in den nächsten folgen auch noch mal ein bisschen was erzählen also da gibt es einige sachen da wo ich mittlerweile sage braucht es das als aus meinem persönlichen empfinden aber ich werde euch einiges dazu erzählen aus erfahrungen heraus wie ich das ganze sehe und was es da mittlerweile auch an verschiedensten systemen ob rahmen oder schaltungen bremsen auf dem markt gibt hier haben wir jetzt den fernsehturm im übrigen gibt es hier im kräuterforst einige Wege also da kann man wirklich unendlich sich austoben es gibt auch einen schönen Pfad da entlang wo wir jetzt eigentlich gefahren sind ich gehe parallel auch nochmal so ein singletrail der ist halt dann ein bisschen anspruchsvoller und aber ich wollte jetzt heute einfach mal die anfängerrunde fahren die anderen strecken zeige ich dann bei einer nächsten folge so das war's mit gräbel jetzt geht's nach keilberg vorne ist schon ein zeichengang links liegt jetzt regensburg hier geht's jetzt quasi entspannt am radweg wieder zurück nach haselbach da kann man schön ausrollen lassen und das war jetzt jedenfalls meine erste tour die ich euch vorstellen möchte insgesamt belaufen sich die touren rund um regensburg die wo ich euch zeigen will ca. immer so auf 60 bis maximal 90 minuten ich will euch keine langen streckentouren vorstellen und punktuell einfach mal hier und da eine sehenswürdigkeit mit ins bild nehmen mal irgendeinen ruheplatz wo man sich mal rassen kann oder kulturelle geschichten also das allerdings noch am rande hier wird es von mir einiges über material also technik und auch fahrtechnik hören da gebe ich euch kurze tipps zum beispiel wie man am besten kurven nimmt oder kurze steile knackige anstiege oder eben auch mal mit dem krossrad über eine anspruchsvolle wurzelpassage drüber kommt ohne dass man sich gleich das ganze material ruiniert oder stürzt genau in diesem sinne das war's für heute macht es gut bis zum nächsten mal ciao